Okay, okay, wir sind zurück. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir öffnen heute die Packs für Dr. J. Ich habe immer noch keine Goldkarte gezogen und irgendwie muss das nochmal passieren, bevor NBA 2K24 Geschichte ist. Zu NBA 2K25 gab es übrigens News, wenn ihr die News nochmal in einem Video von mir zusammengefasst braucht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich hatte jetzt so von mir aus nicht die Motivation, da was dazu zu machen, aber wenn ihr wirklich nochmal Erklärungen auf Deutsch braucht, lasst mich wissen, dann mache ich das gerne. Wir haben eine ganze Menge Free Packs und wir haben ganz viele MTs. Ich stehe auf 2,021 Millionen. Ich werde auf jeden Fall eine 20er Box öffnen, werde gucken, was dabei rauskommt und dann werden wir vielleicht nochmal einen Deluxe Pack öffnen. Wir gucken erstmal, was drin ist. Heute mit Facecam, heute Live Reaction, das kennt ihr von mir gar nicht. Normalerweise alles irgendwie nachkommentiert. Ich hoffe, ihr genießt es. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen und gebt mir ein Like auf dieses Video. Wir haben eine Box für 399.000 MT. Ich habe noch nichts gekauft. Ich habe noch keine Challenge gemacht. Ich bin nicht mal Level 30. Ich bin dieses Season komplett raus. Ich habe mir trotzdem den Hall of Ampers geholt, weil ich möchte diesen verdammten Karim haben für die letzte Season, falls ich nochmal Bock habe. Erstes Pack, natürlich nichts Geiles gezogen. Immerhin Ruby, das ist schon mal okay. Für den Scheiß Pack ist ein Ruby noch in Ordnung. Nächstes Pack, wir haben wieder nichts gezogen. Unglaublich, was hier abgeht. Uh, Holo, das gibt einen guten Quicksale-Wert. Ich glaube mal 4 und 1000 mal 4 sind 4000. Okay, nur noch 395.000 reinholen. Dann haben wir unseren Einsatz, den wir für dieses Pack geopfert haben, wieder reingeholt. Ja, let's go. Wieder eine Ruby-Karte. Übrigens, das war einer der ersten Holos, die ich überhaupt gezogen habe in diesem Jahr. Das ist crazy. Ich ziehe nur Rubies. Was geht denn hier ab? Also, wenn ich 20 Rubies ziehe, dann... Okay, wir haben einen Shake. Es ist Dark Matter. Von den Dark Matter-Karten... George Mourishan ist 3 Meter groß. Ich will eine Dr. J-Karte. Dr. J ist das Problem, es gibt einen Point-Lad Dr. J, es gibt einen Shooting-Guard Dr. J. Die Hauptposition von Dr. J ist immer Small Forward. Ich müsste dann in der Defense umstellen, wenn es Dr. J ist. Aber ich finde trotzdem, Dr. J habe ich immer gefeiert. Dieses Jahr wäre geil, wenn er das ist. So, wenn wir Small Forward sehen, sind wir erstmal zufrieden. Small Forward. Nummer 24, das ist Jonathan Bender von den Indiana Pacers. Der ist ein 7-Footer. Das ist auf Small Forward vielleicht gar nicht so schlecht. Hatte im letzten Jahr eine... Letzte oder vorletzte Jahr eine richtig kranke Pink-Diamond-Karte. Den nehmen wir jetzt erstmal so mit. Den nehmen wir jetzt erstmal so mit. Das ist ja auch eventuell eine Hilfe für ein Login. Wir machen weiter. Wir sind beim 5. Packers gewesen. Von da... Oh, da ist der Meister höchstpersönlich. Franz Wagner. Ich küsse dein Auge. Dieses Spiel gegen Frankreich, das war absolut abnormal. Wir gehen weiter. Kein Shake. Haben wir unser Glück jetzt schon verbraucht? Scotty Barnes. Ey, wir haben noch keine Gold-Karte gezogen. Hab ich es gejinxt? Noch nicht. Noch nicht. Nicholas Claxton. Aber jetzt bitte doch nicht... Aber wenn es das jetzt schon war, wenn... Oh, Smaragd. Bitte nicht ein Dark Matter. Ich brauch mehr 2K. Ich brauch mehr Trey Young. Wir ziehen viele Rubys. Das gefällt mir ganz gut. Aber die wollen mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich meinen Wert mit dieser einen Karte schon reingeholt habe. Die muss wirklich krank sein. Sonst sag ich ne. Und wieder ein Ruby. Okay, das ist krass. Das ist krass. Habt ihr schon mal so viele Rubys in einer Box gezogen? Oh, das ist ein langsamer Shake. Und das ist ein Dark Matter. Ich hab viel zu kurz gewartet. Dieser langsame Shake. Ich mag es ja, den zu zelebrieren. Aber wir sind jetzt am Start. Und ich will, dass du Dr. J bist. Bitte sei Dr. J. Come on. Let's go. Wir wollen Small Forward. Small Forward. Jetzt nicht Jonathan Benner. Da ist Dr. J. Da ist Dr. J von den Nets. Welche... Bitte point. Shooting Guard Version. Das ist die Shooting Guard Version. Das ist die, die ich am zweitliebsten gehabt hätte. Aber den nehm ich mit, weil aktuell ist Dr. J sowieso mein zweiter Shooting Guard. Perfekt. Also das ist ein perfekter Pull für mich. Also Goat Dr. J hätte ich natürlich noch lieber gezogen. Aber das ist ein sehr, sehr geiler Pull. Ein sehr, sehr geiler Pull für mich. Nächstes Pack. Natürlich wieder Ruby. Was sonst? Wie viel haben wir noch? Wir haben noch wieder eine Ruby-Karte. Hallo? Wir haben das doch hochgepusht. Wir haben das doch hochgepusht. Kein Shake. Wir haben noch 17, 6, 17, 18, 19, zwar noch 4 Packs. Bitte noch ein Dark Matter. Vielleicht noch ein Hunderter. Nee. Come on 2K. Wieder eine Ruby-Karte. Ist das ja wahnsinnig. Noch ein... Ah, noch wieder eine Ruby. Ey. Das ist doch eingestellt, dass hier 100% Ruby's drin sind, ne? Zwei Packs noch. Kein Shake. Letztes Pack. Äh. Letztes Pack. Kein Shake. Aber wieder eine Ruby-Karte. Wir haben viel über die Ruby's wieder reingerollt. Ey. Wie viele Ruby's sind das? Es sind immer zwei, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Zehn Ruby's. Das sind 7000, die wir so wieder reinholen. Ich packe die mal in den Exchange und dann ziehen wir nochmal ein normales Pack vom Exchange und sehen uns nach dem Schnitt nochmal wieder. Okay, ich habe mir jetzt noch Anthony Davis aus dem Spielermarkt geholt. Das Pack kostet mich jetzt nochmal 10.000 MT. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe noch ein Pack gefunden, das ich mir hier holen könnte. Und zwar hier noch so ein Dynamo-Pack von dem Exchange für einen Pink Diamond. Und ich habe hier zufällig vom Board, vom Ascension Board, noch einen Pink Diamond Larry Johnson. Den werde ich da auf jeden Fall auch nochmal reinpacken. Der ist hier direkt am Start. Kein Shake, kein Walkout, gar nichts. Und den holen wir auch rein. Das heißt, wir haben hier nochmal zwei Packs, die wir ziehen können. Quasi for free, quasi erspielt. Und dann gucke ich mal, ob ich noch in ein Deluxe-Pack reingehe, weil das wäre auch echt nice, da nochmal was zu ziehen. Wir gucken jetzt aber erstmal, ob wir hier Glück haben, bevor wir irgendwelche Deluxe-Packs ziehen, weil vielleicht ist in den günstigen Packs ja auch schon was für uns drin. Wir gucken. Kein Shake, okay. Ah, der ist mit Bane, schade. Das nehmen wir hier so mit. Nächstes Pack. Vielleicht jetzt nochmal was Geiles, das würde mich riesig freuen. Wenn es geht, nicht nochmal an Dr. J. Das ist nicht wahr. In der Mitte, mit dem Pink Diamond Pack, nochmal hier einen Dark Matter. Und ich glaube, damit schließen wir das Video dann auch ab, weil mehr geht nicht. Was willst du noch? Power Forward. Das ist Scalabrine. Das heißt, wenn wir uns jetzt Murijan holen, dann haben wir den Lock-In und haben die Chance auf einen 100er, der uns vielleicht noch weiterhilft. Sag, würde ich vorher nochmal reingucken, ob es jemanden gibt, der uns tatsächlich was bringt. Scalabrine, ey, krass. Komm, wir gehen mal in die Sammlung rein und gucken, ob hier irgendwas dabei ist, was uns weiterhilft. Wir bräuchten nur Georges Murijan. Wir haben Nick Young. Wir haben Dino Roger, Julius Randle und Jonathan Isaac. Nicht wirklich Karten, die mir gefallen. Ich glaube, ich belasse das dabei. Ich glaube, ich belasse das dabei. Und dann gucken wir mal, was nächste Woche zum Start von Season 8 rauskommt als Drop, weil Season 8 ist die letzte Season von NBA 2K24, bevor das neue Spiel rauskommt. Und in der Regel passiert hier contentmäßig gar nichts mehr. Das bedeutet, es werden irgendwelche Super Packs rausgeholt, irgendwelche Dark Matter Player Packs, irgendwelche 100 Overall Player Packs, was auch immer. Da werden wir diese ganzen MTs, die wir jetzt noch haben und auch die VCs einfach verbraten und gucken, was rauskommt und dann den letzten Monat einfach mal ein bisschen Fun haben. Habt ihr Packs gezogen? Was habt ihr bekommen? Würde mich sehr interessieren. Diesen Dr. J werde ich jetzt auf jeden Fall direkt mal testen. Und ich habe noch ein Pack Opening Video auf der Halde. Das ist allerdings nachkommentiert. Das sind einfach so alle Free Packs, die ich über die letzten zwei, drei Wochen bekommen habe. Da sind auch ein, zwei schöne Pools dabei, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye, bye.